So läuft, läuft. So ihr Lieben, Hallöchen hier. Wir sind gerade am Schneehaus bauen. In Español? Varias idiomas. Estamos construyendo la gaza de la nieve. Da ist Matze. Wir sind hier gerade am Samarkand Park, Matze. Hallo. Hier bauen wir gerade, also wir haben uns für einen hexagonalen Schiff. Sechsseitige Wabenkonstruktion. Und jetzt sind wir gerade hier dabei die Kuppel zu konstruieren. Aus selbst gefertigten Schneeblöcken. So wie ein Matze da gerade in Position bringt. Das ist zurecht geschnitten. Bisschen Schmutz, Natur. Hier mit der Säge, wie man sehen kann, wird es dann in die korrekte Form gebracht. Und dann nachher passgenau eingefügt zu werden von unseren fachmännischen Schneemitarbeiter. Hier. So sieht es dann aus. So, Matze schneidet hier nochmal die Vorbereitung. Die Bar. Es wird hier so abgeschnitten. Damit es eine schöne schräge ist. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Mit dem Schnee ist sehr schwierig den Kontrast. Aber hier sieht man, dass es jetzt noch schräg innen geht. Und da werden dann die Blöcke aufgesetzt. Damit die durch ihren Eigengewirch dann gegendrücken und wir eine schöne Kuppel bauen können. Richtig. Läuft? Läuft. Okay. Was jetzt dann macht der andere? Okay, hallochen. Achso, hier ist die Kerze. Ich schalte mal das richtige Licht ein. Kann man sich schön sehen. Das ist das Iglu von innen. Ich kann dir auch mal die Tür zeigen. Mal gucken. Ja. Und da. Das ist hier. Da draußen ist die Mama. Und das hier. Die Kerze. Hier kann man ein bisschen näher rangehen. So, sehr schön. Alles schön. Mit Stein. Ausgeklebt. Gut. Noch mal von außen. Noch mal von außen gereicht. Das ist der Bogen. So geht die Lichter. Okay. Na ja, von außen. Das ist der Bogen. So geht die Lichter. Okay. mit diesem Zeitpunkt. Aber, das ist der Bogen. Und da, das ist der Bogen. In dieser Zeitpunkt. Nein, Also geht die Lichter. Und da ist der Bogen. Das ist der Bogen. Vielen Dank.